Ich kann Sie jetzt nicht fragen, ich hab keine Zeit, tut mir leid. Ja, ich hab's selber bestellt. Gut, okay, die fahrt mir eigentlich noch. Hola. Das ist meine Frau. Nina. Ja, ich hab Sie gefahren, Ihr Freund war nicht da, das geht Ihnen nicht. Ich hab Sie. Bis zum nächsten Mal.